Hallo, ich bin die Steffi von Visage Haardesign. Ich bin Spezialistin für Extensions für Great Length. Heute zeige ich euch drei verschiedene Haarverlängerungsmethoden. Als erstes zeige ich euch eine Haarverlängerung mittels Ultraschall. So, ich habe schon mal zwei Farben für dich ausgesucht. Einmal hätten wir die 84 als Hauptfarbe. Die passt wunderbar rein. Um anschließend auch noch deine Highlights aufzugreifen, hätte ich jetzt noch jeden Farbe 0,9. Um eben noch deine helleren Highlights mit aufzugreifen, und anschließend einen superschönen Übergang zu bekommen. Diese Ultraschalltechnik besteht aus Keratinbondings. Die werden einzeln eingesetzt mittels Ultraschallwellen. Je nachdem, welche Technik man anwendet, ob man zum Beispiel die Hollywood-Technik setzt, dann teilt man rundherum um den Kopf entlang der Kontur eine Linie ab. Ansonsten arbeitet man sich von Passier zu Passier. So, ich beginne jetzt die Strähnen einzuarbeiten. Dafür nehme ich eine kleine Strähne von den Eigenhaaren, circa einen Zentimeter breit, je nachdem, wie fein oder voluminös die Eigenhaare sind. Dann nehme ich eine Ultraschallsträhne und arbeite die dann passend an. Mit dem Ultraschallgerät verbinde ich jetzt die Eigenhaare mit den Extensions. Bei dieser Methode ist es so, dass man die Haare mit den einzelnen Extensions ummantelt. Das heißt, eine Strähne wird in ein Bonding eingefasst und dem Haar passiert somit nichts. Es kann auch nicht abgestoßen werden von zum Beispiel Kleidung oder von der Schulter. So, ich habe jetzt schon mal die eine Hälfte gesetzt um die Kopfrundung herum. Und jetzt mache ich die andere Seite. Anschließend wird dann noch eine Reihe draufgesetzt und gegebenenfalls noch eine dritte Reihe. Die Extensions sind für jedes Haar geeignet. Es gibt spezielle Unterschiede. Es gibt zum Beispiel auch Standardsträhnen, die macht man bei normal bis kräftigen Haaren rein. Dann gibt es auch feine Extensions, die man dann eben bei feinerem Haar reinsetzt oder auch extra feine, die man bei sehr feinem Haar reinsetzen kann. Die Extensions pflegt man, indem man alkoholfreie Produkte verwendet, am besten aus dem Fachhandel und silikonfreie Produkte. Man braucht eine spezielle Bürste ohne Noppen. Also das heißt, man braucht eine Bürste, die weich ist, mit Naturborsten oder eben ganz weichen Borsten. So, ich habe jetzt 130 Strähnen eingesetzt. Jetzt geht es um Schneiden. Ich werde jetzt einen leichten, weichen Übergang rein stufen von den Eigenhaaren zu den Extensions. Dass es so natürlich ausschaut, wie möglich. Bei den Ultraschallbondings ist es so, dass es circa drei Stunden dauert, bis die Haare verlängert sind. Es kommt natürlich je nachdem an, wie viele Extensions man einarbeitet. In der Regel bei einer Haarverlängerung sind es circa 100 bis 130 Extensions. Für diese Methode gibt es 68 verschiedene Haarfarben. Bei dieser Methode ist es so, dass die Haare ein halbes Jahr im Haar drinnen bleiben können. Sie wachsen einzeln mit den eigenen Haarsträhnen raus und nach sechs Monaten, circa, kann man sie dann mittels einer Lösung rausmachen und dem Haar passiert nichts. Man kann, wenn man möchte, auch sofort wieder neue Extensions reinmachen lassen. Diese Methode kostet für eine Haarverdichtung circa ab 250 Euro aufwärts und für eine Haarverlängerung circa ab 500 Euro. So, als nächstes arbeite ich die GL Tapes rein. Das sind einzelne Klebestreifen. Man kann die als Single Tape reinkleben oder als Double Tape. So, jetzt teile ich dir als erstes wieder die Haare ab in verschiedene Sektionen und arbeite mich von unten nach oben. Die GL Tapes eignen sich besonders für feines Haar, da man sie eben als Single Tape einarbeiten kann und sie sind sehr unsichtbar im Haar. Die GL Tapes werden mit einem Kleber befestigt. Der Kleber ist schon direkt an den Tapes dran. Das heißt, ich ziehe die Folie ab, nehme eine kleine, feine Haarsträhne von unten weg, klebe im unteren Bereich das erste Tape drauf und anschließend kommt das zweite Tape drüber. Man kann sich das so vorstellen, dass die Haare wie in einem Sandwich eingepackt sind. Anschließend gehe ich nochmal mit so einer Zange auf das Klebe-Extension und gewährleiste so, dass die Haare auch wirklich verschlossen sind beziehungsweise der Kleber sich auch an das Haar anpasst. Der Vorteil bei dieser Technik ist, dass man es sehr, sehr schnell einarbeiten kann und es ist auch etwas günstiger als die anderen Techniken. Diese GL Tapes werden meistens für Hochzeiten oder spezielle Events hergenommen, meistens für Wiesenfrisuren zum Beispiel, wenn man ganz schnell, günstig eine Haarflängung haben möchte. Bei den GL Tapes sollte man auf Alkoholprodukte verzichten, Ölprodukte und aber auch Silikonprodukte. Bei den GL Tapes sollte man 24 Stunden nach Anbringung der Extensions warten, bis man sie das erste Mal waschen kann. Wenn der Kleber ausgehärtet ist, kann man definitiv auch schwimmen gehen, Sport treiben oder sonstiges machen. Die GL Tapes gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben. Man kann auch sich richtig austoben, das heißt, man kann Crazy Colors in die Haare einarbeiten, ohne dass man die am Ansatz sehen wird. Die Anbringung von den Extensions dauert zu circa eine Stunde. Ich zeige euch jetzt noch eine kleine Hochsteckfrisur, die man mit allen Extensions machen kann, ohne dass man welche sehen könnte. Die Tapes beginnen ab 13 Euro ein Single Tape und 26 Euro ein Double Tape. Für eine insgesamte Haarverlängerung würden die GL Tapes circa ab 250 Euro durchgehen. Die GL Tapes kann man dann nach sechs bis acht Wochen nochmal hochsetzen. Das heißt, man klebt einen neuen Klebestreifen auf diese Tapes drauf und dann kann man sie nochmal ins Haar bringen. Das Hochsetzen der GL Tapes kostet, je nachdem, ob Single oder Double Tape, fünf bis zehn Euro. Ich stelle euch jetzt die GL Lines vor. Die GL Lines bestehen aus 100% Echthaar, wie alle Produkte. Als erstes wird der Kopf von der Kundin ausgemessen, so dass ich von einem Meter Echthaar, wie es geliefert wird, einzelne Partien mir rausschneiden kann. Diese Partien werden mit Klipsen befestigt und die werden dann einzeln an die Haare gebracht. Die Haare werden so beliefert, das ist ein Meter echtes Haar. Anschließend befestige ich Klipse an diesem einen Meter und passe es an deine eigene Kopfform an. Das heißt, du kannst dann hinterher, kannst du sie selbstständig rein- und wieder rausklipsen. Gerade so, wie du es haben möchtest. Wenn du sagst, du hast heute mal ein Event, dann kannst du es reinklipsen. Oder speziell, wenn du sagst, du möchtest halt jetzt einfach mal mehr Volumen haben. Super. So, jetzt teile ich die Haare in die einzelnen Partien, die wir vorher ausgemessen haben. Das hier wären zum Beispiel die Seiten. Dann haben wir nochmal den Oberkopf vielleicht. Die GL Lines kann man ganz individuell auch anpassen an die eigenen Haare. Das heißt, wenn man feineres Haar hat, dann nimmt man einfach weniger Strähnen und kann die eben so reinklipsen, dass man sie nicht zieht. Jetzt teile ich die Haare in die verschiedenen Abteile, Sektionen und jetzt arbeite ich meine Klüppel ins Haar. Das Besondere an den Haaren ist, dass man sie eben raus- und reinmachen kann, wie man möchte. Man kann die Haare auch vorher, bevor man sie reinklipst, wählen oder auch gläppen, so ganz, wie man möchte. Man kann sie speziell stylen, wie man möchte und anschließend in die eigenen Haare einklipsen. Die GL Lines kann man separat waschen. Man kann sie ganz normal behandeln, wie die eigenen Haare auch, wobei man sollte immer darauf achten, dass man auch Friseurprodukte benutzt, um die Haltbarkeit der Haare zu gewährleisten. Bei guter Pflege können die Haare mehrere Jahre halten. Diese Clip-In-Variante besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Clipsen. Sechs verschiedene Haarteile, die man dann eben zu einem Gesamtbild zusammensetzen kann. Das Besondere an den Clip-Ins ist, dass man ganz individuell auf die Kundinnen die Haare auch abstimmen kann. Das heißt, sie werden ja an einem Stück Meter Haare geliefert und man kann anschließend noch Strähnen reinarbeiten, reinfärben, wie man möchte. Das haben wir auch in dem Fall auch getan. Und zwar der Strähneffekt noch zu unsichtbar und jetzt haben wir einfach noch mal eine bessere Verbindung zum Algenhaar, so dass es wirklich perfekt passt. Super. Sieht echt aus wie mein Haar. Genau meine Haarfarbe. Nachdem wir die GL-Lines angebracht haben, werden sie noch passend reingeschnitten, so dass die Kundin auch zu Hause immer ein perfektes Ergebnis erhält. Man kann dann auch bei den GL-Lines schöne Wellen reinmachen mit dem Glätteisen. Das Anpassen der Haare dauert circa eine Stunde mit Einarbeiten der Haare. Die GL-Lines kosten bei einer 35 cm Länge ab 550 Euro. Welche Extensions für euch die richtigen sind, erfahrt ihr in einem Beratungstermin. Dieser ist sehr wichtig, um zu klären, ob ihr nur für ein Event die Haare haben möchtet oder eben auch bis zu einem halben Jahr, ob ihr eine Verdichtung haben möchtet oder eine Verlängerung. Liebe Insta-Fans, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und habt für euch herausgefunden, was ihr gerne ausprobieren möchtet.